grüß euch diesmal kleines unboxing ich habe mir von out of the blue habe ich mir was gewinnt ich weiß nicht was ist für eine firma die macht allen möglichen das gut ich brauche jetzt keine geheimnis draus machen steht ja auch in der überschrift von oder im titel ich habe mir so einen wundervollen ich wollte jetzt sagen bierflaschenöffner flaschenöffner gekauft von out of the blue ein schöner großer alien kopf den gab es auch noch anders in einer anderen variante den fand ich ein bisschen netter er sieht wirklich cool aus ja das war es auch schon ich werde euch das teil verlinken wenn ich es finde wer bock auf andere nerd stuff hat einfach in meine videos gehen ansonsten wünsche ich noch einen richtig schönen nötigen day lasst mir ein kommender lasst mir ein abo da bis zum nächsten mal